Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem eigentlichen Inhalt, beziehungsweise wir haben eigentlich am Anfang läuft das parallel ja zwei Inhalte, über die wir sprechen. Das eine betrifft mehr die Baukonstruktion auch allgemein. Wir hatten da in der Veranstaltung letzten Mittwoch die Aufzeichnung dazu können Sie sich auch schon anschauen. So grundlegend mal sind wir angefangen mit der Baukonstruktion, ein bisschen Geschichte der Baukonstruktion. Und haben aufgehört, als es dann losging mit diesem Kapitel hier. Wenn Sie jetzt noch nicht wissen, was ich Ihnen hier zeige, dann würde ich vorschlagen, gucken Sie sich nochmal den OLAT-Kurs an. Das ist das Arbeitsheft zur Baukonstruktion. Das finden Sie als PDF im OLAT-Kurs des Kurses oder des Moduls PHKO 1. Wie gesagt, wir haben begonnen damit, dass jedes Bauvorhaben, jedes Projekt erstmal damit beginnt herauszufinden, was der Bauherr, der Investor eigentlich möchte. Also was wir da denn bauen? Gut, das wird er in der Regel wissen, aber Sie müssen dann auch die Randbedingungen abfragen und so weiter und so fort. Insofern, diese Bedarfsermittlung ist überwiegend Teil des Architekten oder der Architektin. Und wir als Bauphysik-Fachplaner müssen dann gucken, welche Zusatzinfos wir noch brauchen. Da werden wir gleich dann auch nach einer Pause einsteigen in das Modul Physik, indem wir dann über die Punkte sprechen, die uns interessieren. Wenn ich das geklärt habe, dann weiß ich, welche Nutzungen ich in mein Gebäude reinbringen will. Ob das jetzt eine Bowlingbahn sein soll oder ein Schlafzimmer oder ein Kinderzimmer oder ein Büroraum. Ich kenne dann die Nutzung der einzelnen Räume. Und über die Nutzung der einzelnen Räume kann ich dann ableiten, die erforderlichen Funktionen der Bauteile um diesen Raum drumherum. Und wir im ersten Semester, wir werden uns beschäftigen mit der Gebäudehülle, also dem Mantel, einmal ums Haus. Und schauen uns jetzt an, welche Funktionen im Detail diese Gebäudehülle denn alles bringen muss. Es gibt ein paar Begriffe, die wir auch thematisieren müssen. Damit Sie dann auch später im Planungsprozess wissen, wovon die Regel ist. Ihr Hauptansprechpartner, Ihre Hauptansprechpartnerin ist die Planerin, die Architektin, der Architekt. Insofern müssen Sie auch verstehen, von welchem Standpunkt aus der Architekt, die Architektin dann an einen Gebäudeentwurf herangeht. Und da spielen so Sachen eine Rolle, wie hier in den ersten beiden Kapiteln beschrieben sind. Das heißt, die Aufgabe des Planers ist eben auch, die Bauskulptur, könnte man jetzt ein bisschen übertrieben sagen, zu gliedern. Das heißt, ästhetische Gesichtspunkte spielen natürlich eine wichtige Rolle beim ersten Entwurf, beim ersten Ansatz der Architekten. Insofern nicht nur die Funktion, sondern auch die Formen. Also das, was Sie hier auch sehen oder ablesen können. Diese drei Punkte sind gleichberechtigt aus Sicht des planenden Architekten. Für uns, für Sie als Bauphysiker, ist es eigentlich, also die Form des gesamten Gebäudes, relativ uninteressant. Sie hat Einfluss auf die energetische Qualität des gesamten Gebäudes. Also wenn Sie ein sehr zergliedertes Gebäude vor sich haben, dann hat das Gebäude per se schon einen höheren Energiebedarf, als wenn es ein sehr kompaktes Gebäude ist. Also es hat einen indirekten Einfluss schon auch auf energetische Aspekte. Aber was die erforderlichen Funktionen angeht, der Gebäudehülle, da spielt der Entwurf erstmal eine zweitrangige Rolle. Sie müssen aber wissen und verstehen, dass das für die Architektur eine wichtige Aufgabe ist, diese Bauaufgabe auch zu gliedern. Das ist jetzt im Einfamilienhausbereich, mit dem wir uns jetzt erstmal beschäftigen, überschaubar die Möglichkeiten. Das werden Sie dann auch sehen an den Gebäudeentwürfen, die Sie von uns bekommen. Wir haben uns da schon Mühe gegeben, möglichst eine bunte Palette an verschiedenen Gebäudeentwürfen zu besorgen. Aber wenn Sie mal so durch Neubaugebiete fahren, dann wiederholen sich die Formen, was auch nicht weiter schlimm ist. Aber wenn es jetzt ein Museum wäre oder ein Bürogebäude wäre, dann ist die Formenvielfalt, die Formensprache natürlich sehr vielfältiger. Das heißt, das ist wichtig zu verstehen, dass der planende Architekt nicht nur die Funktion der Hülle im Auge hat und die Nutzung des Raums, sondern eben auch formal ästhetische Punkte, so heißt das, was dann dieser zweite Absatz ist. Das heißt, das will ich hier gar nicht vertiefen. Sie können es sich bitte gerne anlesen oder durchlesen, diesen Absatz, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Das, was wir hauptsächlich im Augen oder in unserem Fokus haben, und da ist es egal, ob Sie in der Tragwerksplanung oder in der Bauphysik unterwegs sind, das sind die funktionalen Gesichtspunkte der Gebäudehülle, der Gebäudestruktur. Und da gibt es verschiedene Hierarchien, die wir hier auch schon mal aufgelistet haben, was auf der nächsten Seite auch noch kommen wird. Es gibt eigentlich ein dreistufiges System, was man ganz gut unterteilen kann in enttragende Funktionen, in einhüllende Funktionen und in das Arterien- und Venensystem, in den Blutkreislauf, wenn man so will, in das Ver- und Entsorgen mit Strom, mit Wärme, mit Wasser, mit Abwasser, mit Medientechnik. Das ist mit Ver- und Entsorgen gemeint. Neu hinzugekommen, relativ neu hinzugekommen, ist noch ein weiterer Gesichtspunkt, der das Ganze von einer anderen Warte aus betrachtet. Das ist das Thema Nachhaltigkeit eines Bauwerks. Und zwar als funktionale Anforderung an die Gebäudehülle. So, was heißt das? Klingt erstmal ziemlich schlau, wenn man jetzt ein bisschen übertrieben sagen will. Aber was heißt das? Das heißt, wir müssen das ein bisschen konkreter fassen. Das werden wir auch tun. Was heißt denn Nachhaltigkeit einer Baukonstruktion zum Beispiel? Da werden wir noch drüber sprechen. Das heißt, aus den drei Punkten sind eigentlich vier geworden, wobei der vierte Punkt nicht losgelöst für sich steht, sondern wenn man ein bisschen länger über Nachhaltigkeit nachdenkt, dann ist das ein sehr vielfältiger Begriff, der immer definiert werden muss. Das heißt, wenn ein Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit liegen soll, und das ist auch Ihre Aufgabe im Bauprojekt selber zu entscheiden, soll Ihr Gebäudeentwurf nachhaltig werden? Da wird erstmal jeder sagen, ja klar, natürlich. Aber was heißt das denn konkret? Und das müssen wir dann definieren. Und darüber entscheidet sich auch, wie stark ist dieser Einfluss der Nachhaltigkeit? Es gibt ein deutsches System für nachhaltiges Bauen. Das ist das System der DGNB, was Sie da links sehen. Das definiert Nachhaltigkeit auf eine eigene Art und Weise. Wir werden das noch thematisieren. Nur ganz grob gesagt, klassisch von der Definition kommt, ist Nachhaltigkeit, hat immer drei Aspekte. Das ist die Ökologie, das ist das, was einem eigentlich als erstes einfällt, ökologische Aspekte. Dann aber auch ökonomische Aspekte, also was kostet der ganze Kram, und zwar über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Also nicht nur die Herstellung, sondern auch die Nutzung und der Rückbau. Und als dritte Säule der Nachhaltigkeit sind dann soziokulturelle und funktionale Aspekte zu nennen. Ein Beispiel für soziokulturelle Aspekte im Bereich der Baufysik oder des Wärmeschutzes ist zum Beispiel die thermische Behaglichkeit im Sommer. Also wahrscheinlich werden Sie nicht wegen Überhitzung in Ihrem Haus sterben, so schlimm wird es nicht werden. Aber Sie fühlen sich natürlich deutlich thermisch unbehaglich, wenn es zu warm wird. Also könnte man sagen, das ist ein technischer oder ein funktionaler und sozialer Aspekt. Also Sie finden eigentlich in jedem Bereich, fast in jedem Bereich, der über der Sicherstellung der Grundfunktionen steht, finden Sie diese Nachhaltigkeitsaspekte wieder. Grundfunktion wäre, da kommen wir gleich auch im Detail drauf, zum Beispiel, dass es nicht reinregnen soll in Ihr Haus. Das ist eine technische Grundfunktion. Die ist nicht nachhaltig oder nicht nachhaltig, sondern die muss gewährleistet werden. Da gibt es auch nicht eine Übererfüllung der Schlagregendichtigkeit. Das macht gar keinen Sinn, sondern das Haus ist dicht oder es ist nicht dicht. Insofern gibt es gewisse Grundfunktionen, die müssen sichergestellt werden und gewisse andere Aspekte kann ich übererfüllen, wie zum Beispiel der Energiebedarf Ihres Hauses. Da gibt es weder eine technische Mindestanforderung, also rein aus der Funktionssicherung betrachtet, noch gibt es quasi ein Maximum und dazwischen kann ich mich letzten Endes frei definieren. Je besser ich jetzt mein Haus wärmedämme, umso teurer wird es. Also wenn ich sage, ich will nachhaltig bauen, muss ich sagen, was ist mir wichtiger, die Ökologie oder die Ökonomie? Ja, weil bessere Ökologie heißt vielleicht schlechtere Ökonomie. Und das sind diese Abwägungsprozesse, deswegen Nachhaltigkeit als Querschnittsthema eigentlich so darüber gespannt. Und daraus entwickelte sich jetzt im klassischen Sinne, auch das hatten wir letztes Mal schon besprochen, diese dreistufige Gliederung der Funktionen oder der sogenannten Hauptgruppen, der Hauptfunktionen. Das Primärsystem, die Primärfunktion ist sicherlich das Tragen eines Hauses oder die Statik eines Hauses. Es ist sicherlich unbestritten, dass wenn die Statik nicht stimmt, wir uns nicht groß über die Gebäudehülle Gedanken machen müssen. Wenn das Haus einstürzt, dann ist Energiebedarf auch egal. Ja, insofern ist das sicherlich vom Ranking her die Grundfunktion oder die Grundvoraussetzung für alle anderen Funktionen, dass das Ding halten muss. Und da gucken wir uns gleich auch als erstes gewisse Grundtragsysteme an. Als Sekundärsystem kann ich dann draufsetzen oder werde ich dann draufsetzen, die Trennung der einzelnen Nutzungen meines Hauses. Das ist mit Einhüllen gemeint. Also ich hülle nicht das gesamte Haus, das hülle ich auch ein, also das gesamte Haus, sondern ich hülle eben auch einzelne Nutzungen ein. Also hier das Ganze befindet sich auf Gebäudeebene plus auf Raumebene. Ein Beispiel für eine Einhüllung einer Nutzung wäre zum Beispiel der Schallschutz. Wenn Sie in einer Kommune leben, dann werden Sie wahrscheinlich auf eine Trennwand zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer und was weiß ich was verzichten wollen. Wenn Sie aber eher konventionell Lebensgemeinschaften suchen, dann werden Sie wahrscheinlich Ihr Schlafzimmer abtrennen wollen, räumlich vom Flur, vom Bad, von den weiteren Zimmern und wollen dann da auch einen gewissen Schallschutz haben. Der Gesetzgeber hält sich da raus. Das hatten wir letztes Mal schon besprochen. Also bei Einhüllen ist quasi die Einhüllung einer Nutzungsfunktion gemeint. Und wenn ich jetzt auf den Wärmeschutz schaue, dann ist damit im Wohnhausbereich gemeint, dass ich das gesamte Gebäudevolumen einhüllen, einpacken muss, was ich beheizen möchte. Das muss nicht zwangsläufig das ganze Haus sein. Das hängt jetzt von Ihnen als Bauherr ab, ob Sie einen Kellerraum beheizen möchten oder nicht, ob ich den einhülle oder nicht. Das werden wir thematisieren an Ihrem Bauprojekt. Und wenn ich dann quasi das Sekundärsystem definiert habe und da arbeiten viele Fachplaner mit, dann gehe ich in einem dritten Schritt hin und beschäftige mich mit dem Tertiärsystem. Das ist das Fähr- und Entsorgungssystem und die technische Gebäudeausrüstung. Das ist sowas wie Heizung oder Lüftung, Stromversorgung, Medientechnik und so weiter. Und da haben wir aus der Bauphysik natürlich auch wiederum Schnittstellen, wenn es an die Wärmeversorgung geht zum Beispiel. Wir werden ein Energiekonzept, Sie werden ein Energiekonzept für Ihr Haus kreieren. Und dann müssen wir natürlich gucken, welches Fähr- und Entsorgungssystem, Versorgungssystem ist es in dem Fall, passt dazu. Das werden wir noch thematisieren. Und das Ganze kann man dann auch noch weiter untergliedern. Wir sehen hier links diese Hauptfunktionen, Tragen, Einhüllen und unten kommt dann die Fähr- und Entsorgung. Und das letzte Mal waren wir auch schon eingestiegen in die Teilfunktionen, die sich daraus ergeben. Und die werden wir jetzt heute vertiefen. Das heißt, eine einhüllende Teilfunktion im Bereich dieser thermohygrischen Gebietes. Thermohygrig ist ein umständliches Wort für Wärme- und Feuchteschutz, was Sie in der Fachliteratur immer wieder finden. Also thermohygrisch ist nichts anderes als Wärme- und Feuchte. Und da gibt es Teilfunktionen, die schauen wir uns gleich an. Eine ganz große Bandbreite. Und dann gibt es noch außerhalb dieses Wärme- und Feuchte-Bereiches noch weitere Teilfunktionen, die hier aufgelistet sind. Natürliche Belüftung hängt ein bisschen auch mit Thermohygrig zusammen. Das werden wir auch thematisieren. Belichtung werden wir nicht thematisieren. Ist auch nicht Aufgabe der Grundbaufysik, sage ich mal. Und diese Themen Schallschutz, Brandschutz, wie gesagt, das gibt es dann im zweiten Semester und nicht im ersten Semester. Nur, dass Sie es schon mal einsortieren können. Also wir beschäftigen uns hiermit. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Sonnenschutz im ersten Semester. All das gehört mit dazu. Stichwort thermische Behaglichkeit im Sommer. Schutz vor Eindringen, also Einbruch, das ist nicht Thema der Bauphysik, sondern des der Architekten. Und die raumakustische Konditionierung, das ist dann auch wieder Thema im zweiten Semester. Wobei man da sagen muss, da muss ich wieder bei den Nutzungen einsteigen. Haben Sie raumakustische Anforderungen an Ihr Kinderzimmer? Eher nicht. Also wir müssen dann Schallschutz trennen von der Raumakustik. Raumakustik, denken Sie an Säle, in denen gesungen Konzerte gegeben werden sollen. Genauso bitte wie an, wenn wir jetzt in der Hochschule wären, könnten Sie Räume bewundern mit einer schlechten Raumakustik. Nämlich die Vorlesungsräume an der Hochschule teilweise haben eine sehr schlechte Raumakustik. Im Wohnhausbereich eigentlich nicht. Also insofern, wir werden das im zweiten Semester besprechen, aber nicht unbedingt am Wohngebäude. So, was haben wir noch für Teilfunktionen im Bereich der Vereinsorgung? Haben wir natürlich die Heizwärme. Setze ich mal in Klammern. Wir werden uns mit der Wärmeversorgung auf einer oberen Ebene beschäftigen. Wir werden uns aber nicht im Detail beschäftigen, wie dick muss jetzt irgendein Lüftungskanal sein, welche Ventile muss ich in den Heizkreislauf einbauen. Das ist dann Aufgabe des Fachplaners oder der Fachplanerin für technische Gebäudeausstattung. Mit Kälte, versorgen mit Kühle, mit Kälte, auch das ist im Wohngebäudebereich bei uns unüblich. Es gibt Länder, in denen ist auch die Klimatisierung von Wohngebäuden üblich. Bei uns ist sie das, Gott sei Dank, nicht. Einmal klimatisch bedingt ist es nicht so dramatisch und zweimal zum Zweiten auch durch die Bauweise bedingt, dass wir jetzt mit Kälte erstmal nichts zu tun haben. Bürogebäude, Konzertsäle, Vorlesungsräume natürlich schon. Insofern ist das eigentlich auch ein Thema der Bauphysik. Nur wir thematisieren es im Bachelor nicht. Sondern da haben sie dann im Master eventuell, wenn sie möchten, Gelegenheit dann Energieplanung zu besuchen, wo es dann auch um Kältesysteme geht. Künstliche Belüftung, ja, das ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns auch. Ich könnte auch sagen, in Klammern gesetzt. Also wir werden schauen, dass wir genug Luft in ihr Haus bekommen, aber auch nicht zu viel. Wir werden uns nicht mit dem Thema Beleuchtung beschäftigen. Und die anderen Themen spielen auch eigentlich keine Rolle. Also vereinsorgen Wasser, Abwasser, Elektrizität. Nur sehr am Rande, indem wir auch ein bisschen Photovoltaik thematisieren werden. Also die Stromerzeugung aus Sonnenenergie. So, das ist eigentlich der gesamte Bereich der Baukonstruktion. Und im nächsten Schritt geht es jetzt darum, diese Teilfunktionen konkret umzusetzen. Also Konstruktionen zu finden und ganz bewusst zu finden und nicht zu erfinden. Weil, wie beim letzten Mal schon erwähnt, wir werden zurückgreifen auf erfahrene, erprobte Bauweisen. Und die entsprechend der Nutzung, die wir haben möchten und der Ziele, die der Bauherr hat, auswählen. Da gibt es immer mehrere Lösungen. Und dieses Prozedere, das werden wir im Bauprojekt, werden Sie im Bauprojekt dann auch durchlaufen. So, gehen wir noch eine Ebene tiefer und gucken noch konkreter rein. Was gibt es denn für Grundfunktionen, die uns im ersten Semester im Bereich der Bauphysik interessieren müssen, interessieren sollten. Die sind hier aufgelistet. Insofern finden Sie diese Abbildungen auch in beiden Skripten wieder. Bis hierhin könnte man sagen, ist das auch ein allgemeines Skript für Baukonstruktion generell, was Sie Ihr Studium lang mitnehmen können, vor allem was die Konstruktion dann auch später angeht. Aber das ist jetzt konkret bezogen auf die Bauphysik. Und links in den Abbildungen sind jetzt die einzelnen Anforderungen dargestellt. Ja, natürlich wollen wir nicht, dass es ins Haus regnet. Insofern brauchen wir einen Feuchteschutz gegenüber dem Außenraum. Das kann Schlagregen sein, das kann Regen sein, was auf dem Dach fällt. Das kann aber auch Feuchtigkeit sein, die in der Erde steckt. Also gegen erdberührte Bauteile müssen abgedichtet werden. Bodenplatten müssen abgedichtet werden. Das ist natürlich eine Grundanforderung, eine Grundfunktion der gesamten Gebäudehülle. Gehen wir weiter. Und wenn Sie sich jetzt irgendwie eine Winterjacke vorstellen, dann sind Sie auch gut unterwegs. Die beste Wärmedämmung hilft uns nicht, wenn unser Haus nicht windgeschützt gegenüber den äußeren klimatischen Bedingungen ist. Also wenn der Wind ungehindert unsere Wärmedämmung umströmen kann, dann bringt die ganze Wärmedämmung nichts. Das heißt, wir brauchen einen Windschutz gegenüber dem Außenraum. Das ist auch eine Grundfunktion. Genauso wie Ihnen die dickste Winterjacke nichts bringt, wenn Sie die offen lassen vorne. Mag sein, dass Ihnen das lokal an den Ärmeln oder Armen was bringt, aber insgesamt hilft das nicht. Insofern, wir brauchen einen Windschutz. Wir brauchen natürlich auch eine Form des Wärmeschutzes. Ob das jetzt realisiert wird über den gesamten Querschnitt meiner Konstruktion, so wie jetzt hier jetzt schematisch dargestellt, oder ob sich das bezieht auf einzelne Schichten, das müssen wir noch konkret fassen. Wir brauchen aber einen Wärmeschutz unserer Gebäudehülle. Und jetzt wird es nicht so naheliegend, wir brauchen einen Schutz vor unkontrolliertem Dampfeintritt aus dem Innenraum heraus. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, der Effekt, den Sie beobachten können als Brillenträgerin oder Brillenträger, wenn Sie im Winter aus der kalten Außenluft in einen beheizten Innenraum kommen, Ihre Brille beschlägt. Oder in den Übergangsmonaten ist die Außenhülle Ihres Autos draußen auch nass, obwohl es nicht geregnet hat. Auch das ist Kondenswasser. Der dahinter steckende Effekt ist der, dass Luft nur eine begrenzte Menge Wasser aufnehmen kann. Und das Ganze ist temperaturabhängig. Je wärmer Luft ist, umso mehr Wasser kann Luft aufnehmen. Wenn ich jetzt quasi 20 Grad warme Luft in einen Glasbehälter einsperre mit einer bestimmten Wassermenge, die ich nicht sehe, weil damit ist jetzt nicht Wasserdampf gemeint, sondern Wassergas, was in der Luft gelöst ist, und ich kühle jetzt diesen Glasbehälter, der hermetisch abgeriegelt ist, ab, dann passiert genau das Gleiche wie mit Ihrer Brille. Es schlägt sich irgendwann Kondenswasser an den Glaswänden innen an, weil die Luft nicht mehr in der Lage ist, das ganze Wasser, was drin ist, aufzunehmen, in gasförmigem Zustand. Und dann kondensiert es aus. Das heißt, ich muss verhindern, weil ich natürlich jetzt hier den Zusammenhang zwischen dem Wärmeschutz und dem Feuchteschutz, wenn ich jetzt hier mal einzeichne, so das Temperaturniveau, und ich hätte im Innenraum vielleicht plus 20 Grad Celsius, wir werden uns das noch angucken, dann fällt die Temperatur zur Oberfläche etwas ab. Die Oberfläche ist immer etwas kälter als mein Innenraum. Dann wird die Temperatur weiter fallen, und außen habe ich dann vielleicht eine Temperatur von, keine Ahnung, minus 5 Grad Celsius. Und ich hätte eine wasserdampfdurchlässige Gebäudehülle, dann wird genau das Gleiche passieren wie mit Ihrer Brille. An irgendeiner Stelle würde dann Kondenswasser austreten, weil die Luft, die im Bauteil drin steckt, in jedem Bauteil steckt Luft drin, außer Sie haben sowas wie Glas oder Metall, was aber eine relativ schlechte Gebäudehülle wäre. Und wenn ich sozusagen nicht verhindere, dass der Wasserdampf, der im Innenraum drin ist, ob Sie wollen oder nicht, in die Konstruktion wandert, wenn ich das nicht verhindere, dann wird es irgendwo kondensieren und ich habe ein Problem in der Baukonstruktion. Und das kann im Querschnitt der Wand passieren, so wie hier dargestellt. Das kann aber auch genauso passieren, wenn Ihre innere Oberflächentemperatur der Außenwand zu niedrig ist. Wenn Sie das Pech haben sollten und noch irgendwie Einfachverglasungen kennen, zum Beispiel als Außenfenster, dann passiert das an der Oberfläche dieser Verglasung im Winter von der Innenseite, dass da nämlich Kondenswasser entsteht, auskondensiert und runterläuft. Und wenn Sie sich diese alten Fensterrahmen angucken, dann war das planmäßig so. Es gibt nämlich dann unter den Fenstern eine Sammelrinne für Kondenswasser, meistens auch einen Abfluss nach außen. Bei den ganz alten Konstruktionen die neuen Verglasungen logischerweise nicht. Also ich muss zwei Sachen verhindern. Ich muss verhindern, dass die Oberflächentemperatur zu kalt ist, weil dann in der Regel auch Schimmelpilze entstehen dort. Und ich muss verhindern, dass Wasserdampf in die Konstruktion reinkommt oder zu viel reinkommt und dann im Bauteil Probleme bereitet, da dann zu Auffeuchtungen führt, zu Verrottungsprozessen und so weiter. Also wir haben eigentlich, wenn man das jetzt mit dem Schlagregen von oben noch dazu nimmt, haben wir drei feuchte Themen. Wir müssen verhindern, dass es von außen sozusagen nass wird. Wir müssen verhindern, dass es an der Oberfläche zu feucht wird. Und wir müssen verhindern, dass es im Querschnitt zu feucht wird. Das sind eigentlich drei Themen des Feuchteschutzes, die wir besprechen müssen. Und die letzte Funktion aus baufysikalischer Sicht ist die, dass wir auch sicherstellen müssen, dass wenn Feuchtigkeit in den Querschnitt eingedrungen ist, dass wir den möglichst leicht auch nach außen abführen können. Das ist so diese diffusionsoffenen Konstruktionen für Jacken Gore-Tex. Als Stichwort, Wasserdampf muss nach außen weg, dann macht es mir in der Konstruktion keine Probleme. Das heißt im Umkehrschluss, das Gebäude muss immer innen dampfdichter sein als außen. Es muss nach außen immer diffusionsoffener werden. Das ist dann die Grundanforderung, die wir da haben. Und diese fünf, man kann es auch reduzieren auf drei, Grundanforderungen des Wärme- und Feuchteschutzes, das müssen wir jetzt konkreter fassen. Das sind jetzt schon mal sehr viel konkretere Aufgaben an unserer Gebäudehülle. Und wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, welche Standardkonstruktionen gibt es denn, auf welche Punkte muss ich da achten, welche Komplikationen können auftreten, die diese fünf Teilfunktionen eben auch umsetzen. Und wo ist das geregelt? Wie das dann konkret nämlich umgesetzt wird, das ist dann wiederum in DIN-Normen zu finden. So, dann können Sie im Weiteren lesen, und das überlasse ich Ihrem Eigenstudium, wie sozusagen die Vorgehensweise ist, wenn ich an die Kraftweiterleitung denke. Auch das werden Sie in anderen Modulen noch sehr ausführlich thematisieren. Welche Lasten auf Ihr Bauwerk einwirken, also Verkehrslasten, Nutzlasten, Eigenlasten, Windlasten, Anpralllasten, wenn Sie jetzt ein Parkhaus haben zum Beispiel, oder Erdbebenlasten. Also verschiedene mechanische Einwirkungen auf Ihr Gebäude, Wasserdruck, Erddruck, all das in verschiedene Lastklassen oder Einwirkungssituationen, die Sie in einem separaten Teilmodul sehr ausführlich besprechen werden, weil die natürlich auch gleichzeitig auftreten können. Sie werden etwas über Wahrscheinlichkeit in dem Zusammenhang auch sprechen. Also wie wahrscheinlich ist es denn, dass die maximale Windkraft gleichzeitig mit einer Erdbebenlast zum Beispiel auftritt. Und zwar nicht nach dem Gesetz von McMurphy, sondern nach dem Eurocode für Einwirkungen. Und das kann ich dann mit verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten und damit verbundenen Sicherheitsstufen auch miteinander kombinieren. Und das werden Sie nochmal separat besprechen. Und der Rest ist eigentlich ganz simpel. Die Last muss von oben nach unten bis zum Erdreich, bis zur Gründung abgeleitet werden. Und das Ding darf nicht zusammenstürzen. Und da bedient man sich natürlich wieder dieser Grundtrag- oder Teilstrukturen, was wir letztes Mal schon hatten. Stütze, Balken, Scheibe und Platte. Also wandartige oder plattenartige Tragelemente. Mehr gibt es eigentlich nicht. Und aus denen bestehen dann die allermeisten Tragsysteme, die Sie behandeln werden oder die es überhaupt gibt. Und Sie fangen in Statik relativ schnell dann auch mit dem Balken an, mit statisch bestimmten Systemen und so weiter. werden dann daraus ein Fachwerk zusammensetzen. Also werden das auch sehr ausführlich machen, wie da die Physik auch letzten Endes angewendet wird, wie Sie die Kräfte berechnen können, um dann daraus auch ein geeignetes Tragwerk, ein Material auszuwählen. Weil letzten Endes mit der Kraft alleine sind Sie ein Stück schlauer, aber haben noch nichts gebaut. Das heißt, irgendwann müssen Sie ja mal entscheiden, wie dick muss der Holzbalken im Dach werden, wie dick muss die Stahlbetondecke werden, wie viel Bewährung muss da rein, welche Stahlstütze, Stahlbalken, wie auch immer, Brettschichtholzbinder muss ich jetzt auswählen, wie groß muss meine Gründung werden, damit das Ganze hält. Das heißt, im Bereich Tragwerk wird sich sehr viel bei Ihnen abspielen, weil natürlich die Materialauswahl riesig ist. So, Schutz vor Feuchte, das ist jetzt die nächste und eigentlich erste Funktion, die uns aus der Bauphysik interessiert. Wir werden das aufteilen in verschiedene Kategorien in der Bauphysik, werden das dann da weiter vertiefen. Wir haben erdberührte Hüllflächen, wie Kelleraußenwände, Bodenplatten und so weiter. Die muss ich, je nachdem, wie viel Wasser da ist, entsprechend sorgfältig auch abdichten. Das hat was mit Dauerhaftigkeit und Sorgfalt zu tun. Und da spielt es natürlich eine Rolle, ob wir nur, wenn es regnet, ein bisschen Bodenfeuchte haben an der Kelleraußenwand oder ob Sie im Grundwasser bauen, also planmäßig auch Wasserdruck haben. Das Haus muss dicht sein. Also es ist eigentlich egal, welche Wasserbeanspruchung wir da haben. Es geht um die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit an der Stelle der Abdichtung. Dann gibt es diesen Übergangsbereich zwischen erdberührten Bauteilen und aufgehendem Mauerwerk. Das ist dann die Spritzwasserzone. Das heißt, der Bereich, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir haben ein Gebäude, ganz simpel. Was weiß ich, hier ist der Keller, da ist das EG. Und irgendwo an der Stelle kommt von außen das Erdreich an. Und Sockelbereich ist jetzt der Bereich hiermit gemeint, dass wenn es regnet, das dann nämlich an der Stelle wieder hochspritzen kann. Deswegen nennt sich das dann Spritzwasserbereich oder Spritzwasserzone. Das heißt, der Sockelbereich, der Übergang von der Abdichtung meiner erdberührten Bauteile hin zu der Konstruktion, die nur gegen Schlagregen dicht sein muss. Unser Erdgeschossmauerwerk muss ja nicht gegen Wasserdruck im eigentlichen Sinne standhalten. Und dieser Übergangsbereich ist so ein sehr schadensanfälliger Bereich. Insofern gucken wir uns da auch und verschaffen uns einen Überblick, wie da die Systematik ist, dieses Übergangs von Abdichtung erdberührtes Bauteil hin zu Schlagregenschutz im Erdgeschossbereich. Das sind nämlich teilweise etwas kompliziertere Konstruktionen. Dann haben wir weiter nach oben, also wenn man das jetzt hier farblich markieren will, haben wir hier diese erdberührten Hüllflächen. Wir haben hier die Spritzwasserzone, senkrechte Hüllflächen. Klar, das ist dann hier oben der Bereich. Da muss es dann nur dicht sein gegen Schlagregen. Das ist schon, wenn man jetzt mal im Detail hinguckt, aufwendiger als man vielleicht denkt. Wir gucken uns das an. Und dann gibt es natürlich auch noch, und das ist eigentlich die gleiche Kategorie, die geneigten Hüllflächen. Naja, allgemein könnte man auch Dächer zusagen oder auch relativ flach geneigte Dächer gibt es auch, Flachdächer gibt es auch. Was damit gemeint ist, können Sie hier eben auch nachlesen. Das heißt, all das muss natürlich für die jeweilige Wasserbeanspruchung auch dicht sein. Und vor allem, es darf auch an den Übergängen keine Lücken geben. Auch naheliegend. Das heißt, wenn ich jetzt in meine Außenwand zum Beispiel hier irgendwie ein Fenster einbauen möchte, dann muss natürlich der Schlagregenschutz im Bereich der Fensterscheibe, des Fensterrahmens, des Übergangs zum Mauerwerk und am Mauerwerk selber lückenlos sein. Und zwar unter Berücksichtigung all der Beanspruchungen, die da auftreten. Ja, Windbeanspruchung hatten wir als Lastbeanspruchung genannt. Das Fenster kann sich ausdehnen durch Sonneneinstrahlung und der Übergang muss immer noch dicht sein. Das heißt, diese Übergänge, das sind immer die Achillesferse sozusagen der gesamten Betrachtungsweise, die wir uns da jetzt anschauen. Und das gilt für Wärmeschutz, das gilt für Feuchteschutz, das gilt für Schallschutz letzten Endes auch, für Luftdichtheit. Die Übergänge, das sind immer die noch neuralgischen Punkte, wo dann auch Sie, wenn Sie später Bauleitung machen, besonders hingucken müssen. Oder wenn Sie Gutachten erstellen und es gibt einen Schaden, sind das die Punkte, wo man gerne hinguckt. In der Fläche kriege ich das alles relativ simpel und einfach gelöst. So, waagerechte Hüllflächen kann man da auch noch mal reinnehmen, Flachdächer, das betrifft das auch. So sieht das dann grafisch dargestellt aus, diese einzelnen Bereiche. Das kann dann natürlich auch in Kombination mit Wind auftreten, dass wenn ein kräftiger Wind weht und ich habe Regen, und deswegen nennt sich das Schlagregen, der Wind drückt den Regen gegen das Haus. Ich habe einen gewissen Druck, der von außen ausgeübt wird. Und dann muss die Konstruktion auch schlagregendicht sein. Und das hängt dann davon ab, wo das Haus steht. Das gucken wir uns dann an. Es gibt windreiche Gegenden, windarme Gegenden. Wenn Sie in der Innenstadt bauen, dann ist der Winddruck von außen nicht so hoch, als wenn Sie irgendwo Rundsrück, Eifel, Westerwald oben bauen, Stadtrand oder Ortsrand, Randlage. Dann ist der Wind schon mal stärker. Winddruck, Windsog hat damit natürlich auch zu tun, einmal mit der Statik, aber auch mit dem Feuchteschutz. Dann der Bereich, mit dem wir uns natürlich am ausführlichsten beschäftigen, das ist der Wärmeschutz. Auch da unterteilen wir wieder zwischen erdberührten Bauteilen und sogenannten aufgehenden Bauteilen, also Bauteile, die nach oben gegen Außenluft angrenzen. Und das Ganze hängt dann auch eng zusammen mit dem Dampfdruckgefälle zwischen innen und außen. Wir werden das ein bisschen thematisieren an der passenden Stelle. Es ist nicht so, dass Sie jetzt, wenn da jetzt steht, hoher Dampfdruck im Erdgeschoss oder Obergeschoss, dass da auch ein höherer Luftdruck mit gemeint ist. Das dürfen Sie nicht verwechseln. Es zischt ja nicht. Wenn Sie das Fenster aufmachen, dann zischt ja nicht die Luft raus, weil da ein höherer Dampfdruck ist. Das verwechselt man gerne mal. Aber durch den höheren Wassergehalt ist der Teil, und das nennt sich dann Partialdruck des Luftdrucks, der aus Wasserdampf oder Wassergas ausgeübt wird, höher. Also der Teildruck des Luftdrucks, den Sie ablesen können am Barometer, der ist höher, je mehr Wasser da drin ist. Und wenn es draußen, wenn draußen weniger Wasser in der Luft ist, was meistens der Fall ist, dann entsteht ein Dampfdruck Gefälle. Und immer wenn irgendwo ein Gefälle entsteht, dann habe ich einen Transportvorgang. Haben Sie eine Frage? Weil das Mikro angegangen ist? Ah, ne, Entschuldige. Kein Problem. Ne, können wir gerne, also wie gesagt, machen wir gerne so, wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie einfach das Mikro an, dann sehe ich das. Immer her damit, mit den Fragen. Ja, alles klar. Also immer wenn ich ein Gefälle habe, ob das Temperaturgefälle ist oder ein Dampfdruckgefälle ist, was auch immer, dann habe ich einen Transportvorgang. Und wenn ich ein Temperaturgefälle habe, dann wird Wärme transportiert. Wenn ich ein Dampfdruckgefälle habe, dann wird Wasserdampf transportiert. Insofern, aus der Innentemperatur kommt dann in der Regel auch ein Dampfdruckgefälle. Also Temperatur und Dampf hängen eigentlich immer miteinander zusammen. Wie ich dann damit umgehe, das werden wir uns dann an der entsprechenden Stelle anschauen. So, und als letzte, äh, vorletzte Teilfunktion auch ganz kurz der Schallschutz genannt. Ähm, als Teilfunktion sehr wichtig. Wie gesagt, so wichtig, dass es im zweiten Semester den meisten Teil des Moduls einnehmen wird. Ähm, hier schon mal dargestellt, der Unterschied zwischen dem, dem Luftschall und Trittschall, ähm, und der Raumakustik, also sowas wie Sprachverständlichkeit, Sprachempfinden im Raum. Ist jetzt hier im Keller angeordnet, was irgendwie Quatsch ist. Es sei denn, Sie haben da so einen Kinoraum oder sowas, ähm, den Sie sich da einrichten wollen. Ähm, ansonsten gibt es verschiedene Lärmquellen im und um das Haus drumherum. Schall von außen, Schall von innen nach außen, ähm, G-Geräusche, Luftschallgeübertragung oder auch Lärm oder Geräusche aus haustechnischen Anlagen. Ja, wenn es Wasser plätschert, wenn irgendwo einer auf dem Klo war, dann ist das Lärm oder Schall aus haustechnischen Anlagen. Ähm, das kann man relativ gut separat betrachten und berechnen. Das werden wir dann im zweiten Semester machen. Eine letzte Teilfunktion, die bislang noch nicht auftauchte, ist natürlich der Brandschutz. Also es ist ja auch eine wichtige Teilfunktion, ähm, die auch im zweiten Semester nochmal besprochen und thematisiert wird. Ähm, Sie werden es auch ein Stück weit in Bauentwurf kennenlernen, wenn es um die bauordnungsrechtlichen Vorgaben geht. Es gibt verschiedene Gebäudeklassen, ähm, spielt eine Rolle, ob Sie ein Einfamilienhaus bauen oder ein 10-geschossiges Wohnhaus, ähm, was die Brandschutzanforderungen angeht, die Entfluchtungsmöglichkeiten angeht, die Rettungswege angeht, Anleiterbarkeit von, oder für die Feuerwehr und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Teilaspekte. Also einmal, ein Teilaspekt ist, dass die Konstruktion lange genug halten muss, damit sich Menschen und Tiere, äh, möglichst selbst retten können und auch die Feuerwehr eingreifen kann. Also das ist sicherlich eine Teilfunktion. Das ist der statisch-konstruktive Brandschutz, äh, mit dem wir uns im zweiten Semester beschäftigen werden. Ein weiterer Aspekt ist die Eingrenzung oder Vermeidung der Brandweiterleitung. Also ich möchte, wenn es schon mal brennt, dass das sich nicht unkontrolliert ausbreitet im Gebäude. Das ist ein weiterer Aspekt. Ähm, und es gibt dann noch sowas wie vorbeugenden Brandschutz. Ähm, das ist im Wohnhaus dann nicht so, äh, präsent. Da geht es dann vielleicht mehr in Büro- oder Produktionsgebäude hinein. Ähm, ähm, Selbstblöschanlagen. Äh, wie viele Feuerlöscher brauche ich denn? Ähm, Entrauchungsabschnitte, ähm, Zufahrten, Feuerwehraufstellflächen. Also solche Themen drumherum, die jetzt nicht primär mit der Konstruktion zusammenhängen. Das ist dann auch, sind dann auch Teile des vorbeugenden Brandschutzes. Und dafür gibt es, äh, David, ich weiß nicht, ob du noch zuhörst. Ich weiß nicht, wann genau das Modul von Herrn Göckel ist. Brand, ist das ein Master-Modul oder ist das im Bachelor? Ist ein Master-Modul. Ist ein Master-Modul. Also im Master gibt es ein eigenes Modul nochmal, das Sie besuchen können zum Thema Brandschutz. Ähm, wir werden nur die Grundbegriffe besprechen und, sag mal, die Voraussetzungen schaffen für diesen statisch-konstruktiven Brandschutz. Das im zweiten Semester. So, wir sind also jetzt schon, wir werden immer konkreter in der Baukonstruktion. Ja, wir haben angefangen bei den ersten Ideen des Bauherrn, äh, sind dann zu den Nutzungen gekommen, die der Bauherr beabsichtigt, jetzt oder zukünftig. Ähm, haben dann die Hauptfunktionen, ähm, primär, sekundär und tertiär Funktionen besprochen, sind dann noch eine Stufe konkreter geworden für diese thermisch-hygrischen Teilfunktionen, die wir hier gesehen haben, ähm, und steigen jetzt als nächstes. Davor machen wir aber noch eine Pause, äh, ein und werden kurz besprechen, ähm, Nachhaltigkeit stelle ich mal zurück, bis wir an der entsprechenden Stelle in Physik sind. Und werden dann nach der Pause sprechen über verschiedene Primärtragwerke, ähm, damit Sie da einfach auch schon mal verschiedene Begriffe kennenlernen. Wir werden die nicht berechnen, wie gesagt, dafür gibt es den Herrn Hofmann und seine Kollegen, die statisch-konstruktive Abteilung, die das sehr ausführlich machen. Wir gucken uns nur Grundprinzipien an, des Tragwerks, welche Elemente gibt es da. Ja, meine Frage an Sie wäre jetzt erstmal, haben Sie, ähm, Fragen, die Ihnen schon, äh, gekommen sind, oder habe ich Sie schon in den Schlaf geredet? Ähm, ich hätte eine kurze Frage. Gerne.